Im Schadensfall sind es oft die Kleinigkeiten, die eine schnelle Regulierung verzögern. Kommen Sie im Schadensfall einfach auf mich zu. Ich kümmere mich um die reibungslose Abwicklung und habe dazu auch juristischen Beistand im Rücken. Unsere Anwälte vertreten ihre Interessen und dank ihres Beraters erhalten sie im Schadensfall die Beratung bei uns. Die Kanzlei Schasedi und Schasedi ist bundesweit für Sie tätig und an sechs Standorten vertreten. Als Fachanwälte für Versicherungs- und Verkehrsrechte sorgen wir dafür, dass die Arbeit Ihres Beraters auch im Schadensfall Ihre Wünsche erfüllt. Das ist der Service, auf den es ankommt, so wie Sie es erwarten, oder?